iPhone 5 du bist schlecht und scheiße Hi Galaxy S3, du bist schlecht und scheiße Hi iPhone, ich bin total perfekt. Was gefällt dir denn nicht an mir? Alles, du bist fett, unhandlich, schwer und hast ein schlechtes Plastikdesign Schwachsinn. Du bist technisch eingeschränkt, mit LTE-Internet, Akkulaufzeit und dem Speicher klappt es ja wohl nicht so ganz Äh was? Ach was Galaxy S3, du Stromopfer Selber, du Anwendungsfehler Du altes iPhone 5 Selber, altes Galaxy S3 Selber, altes Galaxy S3